Ey, Willi, was ist mir? Ja, guck einfach das Video. Ey, guck Sid, man, der weiß alles. Echt? Sid, ne? Ja, ja, der ist voll am Start. Man denkt sich aber, ja, ja. Ich hab früher Schule geschwänzt im FIFA-Staat, um zu trainen in der Webback, ne? Mann, du warst letztes Jahr, für alle, die das nicht nachvollziehen können, wir waren ja letztes Jahr in Dubai, hatten da eine chillige Zeit. Der Mann saß mit drei Bildschirmmeln unten in seinem Zimmer, auf dem Sitzsack, im Schneidersitz, hat sich ein Toast in die Hand genommen und hat da auf dem Transfermarkt rumgewürftet und Sachen aufgeschrieben, wo ich mir gedacht habe, hä? Einfach ein Laptop mit Dings, mit Webapp, dann auf dem Handy auf Snapchat gewesen, oder Instagram für Mädchen, und auf dem iPad hatte ich Football auf. Und dann, dann geht's los. So cool. Das einzige, was von mir immer kam, Sid, ne, wie der? Das wird gleich wieder so sein.